Die Sturm der Liebe-Fans dürfen sich bald über ein Comeback von Valentina freuen. Allerdings wird die Tochter von Robert dieses Mal nicht von Paulina Hobradschk verkörpert. Stattdessen übernimmt Newcomer Aileen Ravagna die Rolle. Doch weshalb die Umbesetzung? Das wollen auch viele Fans wissen, weshalb Paulina Hobradschk auf Instagram eine Antwort liefert. Mich haben in letzter Zeit sehr viele Nachrichten erreicht, warum ich Valentina nicht weiterspiele. Natürlich hat mich die Produktion von Sturm der Liebe angefragt, doch leider war es mir in diesem angefragten Zeitraum nicht möglich, die Rolle der Valentina wieder zu besetzen. Deshalb drücke sie ihrer Nachfolgerin natürlich die Daumen, wie sie weiterschreibt. Ich wünsche Aileen Ravagna ganz viel Spaß mit der Rolle der Valentina und mit diesem großartigen Team vor und hinter der Kamera. Aileen meldet sich in den Kommentaren auch gleich zu Paulinas Glückwünschen zu Wort. Liebe Paulina, danke für deinen sehr lieben Post. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete und ich werde mein Bestes tun, um ihnen gerecht zu werden. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg auf deinem Weg und freue mich total, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich über den Weg laufen, schreibt sie. Wie Aileen Valentina verkörpern wird und wie die Umbesetzung bei den Zuschauern ankommt, erfahrt ihr ab Mitte Oktober, immer montags bis freitags um 15.10 Uhr bei Sturm der Liebe in der ARD. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.